Sorgfältig bereitet der Gastwirt der Villa Kitzbühl allmorgendlich das Buffet für seine unterschiedlichen Gäste. Das ist meine Kitzbühler Kitzbühler Landhausstil hat es geheißen. Ja, Wut ist schlecht aus. Das könnte ich nehmen. Ich glaube, ich nehme die Bude. Pass mal auf, ich ruhe schon. Ich haue da eins auf. Dein Glück. Jetzt aber nicht viel weg. Ich habe es dir doch gesagt, Willi. Guck dir diese Sauerei an. Nein, und das gehört hier hin. Also wirklich. Ich wusste es. Willi, komm mal rein. Ich brauche ein Zeug. Ich sage denen das jetzt. Guck dir das mal an. Und da oben, wie es da oben aussieht. Dieses Pack. Unfassbar. So, oben alles eingeräumt. Jetzt nur noch diese Maus beseitigen. Ja, wo ist es denn? Und dann ist alles geritzt. Hä? 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 Was? Was? Gibt's da nicht? Jetzt ruhe ich erstmal oben alles weg. So. Und dann gehe ich zu den Straßenkatzen. Und da kenne ich nämlich welche. Und dann wollen wir doch mal sehen. Hm, wo ist das Viech? Bis zum nächsten Mal. So. Bis zum nächsten Mal.